Die im Jahre 1875 gegründete Simplex AG bedient seit 1958 ab dem Standort Zollikofen ihre Kunden in der gesamten Schweiz mit Büroartikeln und Geschäftsdrucksachen. Das ProfiCenter Büroartikel bedient ausschließlich den Bürofachhandel mit über 4000 Büroartikeln verschiedener namhafter Hersteller wie Avery Dennison Zweckform, Oxford sowie Produkten aus der Eigenproduktion. Das ProfiCenter Printkommunikation stellt Geschäftsdrucke jeder Art her, seien es Laservordrucke, Garnituren, Blocks oder anspruchsvolle Mailings. Von der Gestaltung durch unsere Spezialisten, über den Druck auf Spezialmaschinen, ab der Rolle, in die Schachtel oder mit Personalisierung ihrer Mailings, geschnitten und gefalzt, kuvertiert bis zur Postaufgabe. Wir bieten alles aus einer Hand. Ab unserem Lager mit 4000 Palettenplätzen bedienen wir unsere Kunden mit einer Vielzahl von Standardformularen und Kopierpapier just in time innerhalb von 24 Stunden. Unsere Spezialistinnen in unserem Callcenter beraten Sie gerne und nehmen Ihre Bestellungen entgegen. Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage www.simplex.ch Wir freuen uns darauf, Sie in der Umsetzung Ihrer Ideen zu unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. 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 Vielen Dank.